Hallo. Danke fürs Kommen. Heute haben wir Öztünn Oster auf dem Schlagzeug. Wir haben 2018 in Istanbul das erste Mal getroffen und ich bin sehr entspannt, dass ich ihn einladen kann. Und Ayako Paco. Sie lebt auch in Chicago, wo normalerweise ich wohnen kann. Alles, was wir heute Abend spielen, ist alles improvisiert. Jetzt gleich die Tanz. Danke fürs Kommen. Ich bin offen. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018